Hier sind wir im Salat. Hier gibt es alles, was das Herz da bietet. Man kann sich selber einmachen, kommt einfach alles an Salaten, was man macht. Kommt an Salaten, über den Waden, überfällt das Salat. Und hier gibt es zum Beispiel ein bisschen was. Ein bisschen was. Ein bisschen was. Wie kann man das? Ich muss euch jetzt eins sagen, das Essen hier ist spitze. Der Speisesaal ist bombastisch. Ihr müsst da einmal zum Essen herkommen. Aber ich sag euch, start Prestige. Dann habt ihr eine separaten Sitzecke. Ihr habt einen separaten Fuß, wunderschöne Zimmer. Und man kriegt immer schönem Platz und sitzt auch ganz ruhig. Und am Pool liegt man sich super ruhig und hat eine mega tolle Paraguay.